So, ein wunderschöner guten Morgen. Wir gehen auf den Markt einkaufen und in der Zwischenzeit zeige ich euch mal geschwind, was wir gestern und vorgestern im Happiness Lager gemacht haben. Bis später! Musik 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 Und ohne sieht's mein Kanz. Dann geht irgendwelche Fischefange. Okay also wir kommen ja gerade wieder vom Markt und vom Milchholen zurück. Ich hoffe ihr habt das Happiness Zeug gesehen und es gefällt euch. Wir bekommen heute Nachmittag ein bisschen Grille und das heißt ich bin raus für heute. Wenn euch so was gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, Klingelchen drücken, dass ihr informiert seid, wenn es etwas Neues gibt und ansonsten warte ich mal bis Katz Forellruf gebracht hat und dann gibt es was Leckeres zum Grille. Tschö tschö.